Ähm, Raketen. Wir brauchen Raketen. Zum Glück habe ich vorhin ein paar Raketen aufgenommen. Heee! Ähm, ja. Hat doch irgendwie geklappt. Okay, irgendwo ist ein paar Raketen. Dieses paar Raketen muss ich finden. Und das gegen die Verwenden. Alter, der ist blau? Wow, das ist eine scheiß Idee. Das war eine richtig miese Idee. Ähm. Nur so aus Neugier. Wo ist dieses Packraketen, das ich so dringend brauche? Ah! Okay. Okay, das wird richtig mies jetzt. Ähm. Ja, ich bin hier vorn. Oh, 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 oh! Ah, Leben. Und ein paar Raketen. Das klingt gut. Hallo, Strider. Komm. Der ist jetzt nicht hingefallen, oder? Okay, aber der ist hingefallen. Man muss... Wow, wow, wow. Man muss ja auch mit dem zufrieden sein, was man hier kriegt. Was? Keine Raketen? Nein! Das ist mies. Das ist scheiße. Okay, nächster Ort zur Raketenversch... Oh, ja, jetzt habe ich Raketen, merke ich gerade. Ah! Oh, der ist auch down. Yay! What? Ach, kommt jetzt Kompines hierher? Ach, jetzt braucht ihr auch noch mal auftauchen, indem wir eure großen Teile da jetzt zerstört haben. Was soll ich jetzt bloß nicht... Ach, da ist ja wieder einer. Ihr... Ihr geht mir sonst schon so auf. Okay, ichse brauche dir noch nicht mehr schicken. Okay, ähm, war da nicht noch eine drin? Nein, da waren sogar zwei drin! Yay! Gut, besser... Tod. Hey, der will sie verstecken! Unfair! Komm her! Komm her! Komm her! Warst du da oben? Egal. Die Strider sind weg. Die sind... Müll, Blech, was... Whatever, what? Ich finde die eklig. Die sind wie Spinnen und ich hasse Spinnen. Ey, wo du ekliges Viechzeug. Ganz ehrlich, ich könnte... Ich kriege das... Kurz, äh... Gut, ähm... So, wir jetzt wieder zurück zum... Striderys? Oh, Nachschub! Oh, da ist eine Lücke. Das erklärt einiges. Oh, jetzt weiß ich, wofür ich den Nachschub gebrauche. Könnte... Au! Oh, Raketen. Ich brauche Raketen! Da sind Raketen! Oh, du bist Freund. Ich möchte Raketen! Wo gibt's Raketen? Raketen, Raketen, Raketen! Oh, ja, ja, das sind... Nette Raketen. Weil... Da hat jemand ein Loch ins Haus gemacht. Aber ein böses Loch. Okay, Leben bin ich ja voll. Da bin ich ja schon happy. Wow, wow. Neues Loch? Wow. Ich hab ein mulmiges Gefühl. Ah, ich wusste auch, da kommt noch einer. Blödes Teil. Blödes, 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 blödes Teil. Ich hab dafür jetzt wieder voll Leben. Ich hatte voll Leben. Ich habe voll Leben. Blödes, 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 blödes. Geht's jetzt an, Kragen! Oh, Mann. Da nebenzu. Was? Nein? So, Armbrust. Äh, schon wieder verstecken die sich. Wie finden sie mir unfairer? Sobald ich die Armbrüste hervohle, sind sie alle weg. Wie soll ich da Spaß haben? Was? Wie? Wo? Ihr werdet mich nicht sehen. Was? Was? Keine Munition mehr. So verlässliches Teil. Na toll, hab ich davon. Schrotflinde zu oft benutzt. Geil, das sind Kisten. Kisten, 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 Kisten. Yay, Kisten. Oh, ja, es geht weiter. Äh. Ähm. So hältst du auch die Klappe. Wow. Ich dachte, das ging vom kleinen Teil da aussah vorn. Wow. What the f- What the f- What the f- What the f- Fuck, 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 fuck. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Frieden. Oh, Mann, das haben die natürlich zugemacht. Zusammen, bist du eher leergeschafft Pfeile? Nein, ist er nicht. Und tot. Scheiße, scheiße. Ah. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Also, ich hasse dieses Level schon mal. Das weiß ich jetzt schon. Ich mag's nicht. Nein. Nein, 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 nein. Soll ich gleich vorrennen? Wahrscheinlich besser. Ich renne. Wenn sie wissen nicht, was sie tun. Ah. Rennen, rennen, rennen. Run, run. Run, run. Ah, nein, 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 nein. Ist mir egal. Oh, Gott. Also, das wird immer abstruser, gefährlicher. Okay. Was? Ah, Mann. Ja. Scheiße. Da ist es vier. Ah, blödes Drecksvieh. Ah. Und tschüss. Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Ey, oder? Jetzt lass mich doch mal in Frieden. Ich hab euch nichts getan. Noch nicht. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber... Das zählt nicht. Ach, Mann, 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 Mann. Immer noch zwei Raketen. Das kleine Strider ist allein. Und ich mach ihn den Gau... Wenn er mir nicht vorher den Gau ausmacht. Nein. Nein. Oh, die schicken jetzt wohl Bomben rein hier, ey. You haven't seen anything. Geil, Raketen. Okay. 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 So, jetzt hab ich. Au. Das war ein verstecktes Zeug? Okay. Ich nehm doch lieber die Schrotflinte, wirklich. Oh, Ladedaten. Yay. Also, das Spiel wird ja... Ich sag's mal so, es fortet einiges von einem. Jep. Auf jeden Fall! Ist er... Zu Pferd? Zu Pferd? W-w-w-what the fuck Pferd? Ok Oh, ja, erwischt Wuppe Oh, oh Und Raketen-Time! Ok Sind hier irgendwo Raketen? Überflüssige, flüssige Flüssige, ne Braubare Oh, da kann man hinten lachen Aua Keine gute Idee Oh, da ist ein Herr Strider Mann, 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 Mann Das gefällt mir nicht Oh, hi Strider Ah, Mann Schon scheiße, wenn die Batterie leer ist So, ich brauche Raketen, verdammte Scheiße Um an Dridey hier vorbeizukommen Und dieses Spiel gibt mir keine Also muss ich irgendwo Durchrennen habe ich beschlossen Rennen, wooo Ähm, kommen wir nicht weiter Rennen in die Hölle rein Wow, wow, wow Alter, der ist doch nur hinter mir her, oder? Hallo? Ah! Ja, beschäftige ich mit den anderen! Nein! Langsam wird's mir immer unfairer Aber Oh, tot Nein! Boah! Also mit zwei Raketen gegen so ne Armee, also Wird echt nix Okay, ich mag's mir jetzt mal einfach überlegen mit ne Strategie und dann geht's im nächsten Part weiter Bis dahin, viel Spaß Leute Und stay alive! Ciao!